Was geht ab, wir Süßen? Was geht ab, das ist ja. Was geht ab? Was machen wir? Ich hab gehört, wir machen die Party hier? Ja. In dem Ding? Ich bin der Innovative. Ich glaub, ich mach nicht. Wir hatten er geparkt. Was ist jetzt offen? Versuch's nochmal. Hey, let's go! Kannst du Antifekte einbauen? Ja, das war Lukas. Ne, mach ich nicht. Das ist die Situation. Die Situation ist, in diesem wunderschönen PKW, findet sich unser Schlagzeug für heute Abend. Wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir laden das Schlagzeug jetzt aus und chillen mit dem Schlagzeug hier einfach auf dem Gelände. Ich glaub, das Problem ist für den Zuschauer. Das Problem ist, wir sind an der Location und noch niemand ist in der Location. Und wir mieten diesen Van und entweder mieten wir ihn eine Stunde lang oder wir räumen das Schlagzeug auf die Straße aus und mieten ihn nicht mehr. Also, guck mal, jetzt in die Kommentare. Ich hab doch original das gesagt, oder? Leute, so ganz einfach, hab ich doch original so gesagt. In die Kommentare. In die Kommentare, wer hat recht. Nö. 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 Kannst du das sein, oder? Nice. Ein kleines Tool zum Auto, oder zwei? Oh geil, man kann sich Tee machen. Ich mach nichts von meiner Stimme. Ich wärme mich nicht mal auf. Ich gehe aber auf die Bühne, genauso wie jetzt. Und fang zusammen mit dem Format machen? Auf keinen Fall. Nee, ich hab das noch nie gemacht. Ich fang jetzt heute nicht damit an. Wir werden jetzt proben, was wollen wir durchzappen? Blumen, hab ich dir gesagt. Wollen wir den Kausi noch mal gucken? Das war's von mir, wie viel nach Großzeit. Und dann, wenn wir auch den Soundcheck. Hallo Luis. Moin. Was denkst du, wie ich so will? Die Show legen. Der. Die Vorband ist geil. Wir sind auch geil. So eine richtig geile Party. Ich fand's extrem. Top! Kukas, brauchst du Hilfe? Wo ist die Schere? Ah, bitte. Ey, Kukas! Kukas! Wooh! 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 whooh! Wooh! Wooh! 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 5. 7. 8. 7. 8. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. Zeig! Zeig! Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sind in Berlin. Wir sind in Berlin, in Berlin. Wir haben schon gesagt, dass ich da bin. Die Mose-Albums, State of Mine, ist gerade rausgekommen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben ein Video nach uns spielen. Vielen, vielen Dank, dass Jakey vor uns gespielt hat. Der hat die Bude zerstört mit guter Musik und guter Band. Hi Luis. Hi Lukas. Wie war die Show? Du hast keine Ahnung, das war zu geil. Die Stimmung war hammer. Ich habe super gespielt. Yasin war klasse. Alles war geil. Die Atmosphäre war super. Jetzt noch ein bisschen feiern. Zum Glück ist kein Stick gebrochen. Angeblich. Angeblich. Aber ja, passiert. Passiert, wenn man gut spielt. Danke. Das war so süß. Du hast dich nicht gebrochen. Es geht dir da bis hin. Du hast ihn ausgegelt. Du kannst schiefst. Du kannst dich nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Du kannst dich nicht mehr. Du kannst dich nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017